Musik Ich möchte heute etwas erzählen über den Einfluss von Medien auf unsere Gedanken, auf die Gedanken der ganzen Gesellschaft. Und zu Beginn möchte ich erstmal, dass ihr reflektiert, wann konsumiert ihr eigentlich Medien? Den Tag über in eurer Vergangenheit, seit eurer Kindheit, wann ist man in Kontakt mit diversen Medien? Und vielleicht auch, wann war der letzte Tag, an dem ihr überhaupt keine Medien, keine Bücher, nichts konsumiert habt? Für viele Menschen ist es wahrscheinlich so, man steht in der Früh auf, schaut aufs Handy, hat da, surft im Internet, Facebook, Instagram. Dann fährt man in die Arbeit, hört währenddessen Radio, die Musik da, die Nachrichtensender. In der Arbeit schreibt man dann E-Mails und kommt dann heim, sieht fern, lest vielleicht noch eine Zeitung und dann vorm Schlafengehen nochmal Handy. Und ist quasi der ganze Tag damit ausgefüllt, Informationen strömen auf einen ein. Wenn man sich aber mal überlegt, seit wann gibt es diese diversen Medien, dann sind die im Vergleich der Menschheitsgeschichte noch gar nicht so alt. Das Internet, ich bin noch ohne Internet aufgewachsen, viele von Ihnen wohl auch. Meine Oma hatte noch keinen Fernseher zu Hause, als sie jung war. Also das sind jetzt wenige Generationen im Vergleich zu unserer ganzen Entwicklungsgeschichte. Und doch, heute bestimmen Sie so einen großen Teil unserer Zeit, nehmen Sie so einen großen Teil ein. Hier den Homo Sapiens gibt es seit 300.000 Jahren circa. Und die erste Zeitung wurde vor 400 Jahren gegründet. Und wie wir gesehen haben, die anderen sind noch wesentlich neuer. Also wir sind eigentlich evolutionär gar nicht darauf eingestellt, auf diese Informationsflut. Und hier eine Statistik aus dem Jahr 2015. Der durchschnittliche Deutsche konsumiert neun Stunden, 26 Minuten am Tag diverse Medien. Also wenn man das jetzt mal zusammenrechnet mit Arbeit und Schlafen, dann macht man eigentlich der durchschnittliche nichts anderes außer Arbeit, Schlafen, Medien konsumieren. Davon dreieinhalb Stunden Fernseh, über zweieinhalb Stunden Radio, knapp zwei Stunden Internet. 2021, wenn man die ganzen Messenger-Dienste und E-Mail-Kommunikation noch dazu nimmt, quasi 13 Stunden. Also es ist wirklich ein gewaltiger Zeitpensum, das da damit verwendet wird. Diese Medien können durch Kommunikation auch einen großen Einfluss auf unser Denken nehmen. Da das Wort Demokratie ist ja schon gefallen, das ist ein Wort mit großem Nimbus, das große Ehrfurcht hervorruft, das immer wieder in den Mund genommen wird. Und in der Demokratie bestimmt ja eigentlich die Meinung des Volkes über die Politik. Aber die Frage ist, wenn eine manipulative Medienstruktur vorliegt, ist es dann nicht so, dass Wahlen dann nur Meinungen abfragen, die zuvor von den Medien im Volk erzeugt wurden. Und diese Gefahr besteht. Und darüber sollte man sich bewusst werden. Die Aufklärung darüber ist, denke ich, wichtig. Und um diesen Einfluss der Massenkommunikation auf uns deutlich zu zeigen und zu verstehen, ist es auch wichtig, sich mit dem Gebiet der Erkenntnistheorie auseinanderzusetzen. Wie funktioniert unser Verstand eigentlich? Hier vier wichtige Personen der Erkenntnistheorie. David Jungen, Kant, Hobbes und Descartes. Und die Kernaussage ist von dieser Philosophie, dass keiner von uns einen tatsächlichen Kontakt zur Außenwelt hat, sondern wir nur durch unsere Sinne, durch unsere Wahrnehmung eine Verstandeswelt in unserem Kopf erzeugen, die wir für real halten, aber die letztendlich nur von unserem Gehirn konstruiert ist. Diese konstruierte Welt ist zusammengesetzt aus den Informationen, die auf uns einströmen. Und diese Einsicht hat der Journalist und Denker Walter Lippmann Anfang des 20. Jahrhunderts genutzt und auf die Massenpsychologie dann übertragen und erkannt, dass auch die Massenkommunikation in uns eben diese Verstandeswelt, eine Pseudorealität formen kann, die wir eigentlich für die Realität halten. Und Walter Lippmann hat den Begriff Stereotyp geprägt. Und im Grunde ist jedes Objekt außerhalb von uns, alles was wir wahrnehmen, jede Kategorie ein Stereotyp. Weil es eben zusammengesetzt ist aus diesen Erfahrungen, die wir haben, zwei Stereotypen. Es wäre jetzt auch, jede Person ist ein Stereotyp, da wir nie die Person selber kennen, sondern immer nur das, was wir über sie gehört haben. Das wäre jetzt Donald Trump oder Barack Obama. Ich denke, hier keiner hat diese Person jemals persönlich getroffen, sondern alles, was wir über diese Person wissen, wissen wir über die Medien. Und je nachdem, wie diese Berichterstattung dann ausfällt, zu Personen, zu Ereignissen, zu Dingen, haben wir eine andere Vorstellung davon. Und genau das ist das Konzept dahinter und wie diese Stereotypen dann übermittelt werden. Das Medium ist die Sprache. Und deswegen sollte man auch mal sich Gedanken machen, was ist eigentlich Sprache? Hier ist ein Wort abgebildet, Baum. Aber was ist dieses Wort? Das Wort ist kein Baum, sondern das Wort ist ein Muster auf dieser Leinwand. Es ist ein Muster, hier schwarz auf weiß, hat im Grunde überhaupt nichts mit einem Baum zu tun. Aber es ist ein Code, das unser Gehirn erkennt dieses Muster, entweder visuell hier oder auditiv durch die Ohren. Wenn ich das ausspreche, ist es kein Muster, das wir sehen können, sondern eine Schallwelle, die unser Ohr erkennt und dann mit einer Sache assoziiert, mit einer Kategorie, mit der Kategorie Baum. Und warum wissen wir dann, was gemeint ist? Weil wir Erfahrungen in der Vergangenheit mit Bäumen gemacht haben, das Wort schon mal damit assoziiert haben und dann die Verknüpfung herstellen. Und hier, das ist auch kein Baum, sondern das ist auch ein Muster auf der Wand hier. Und dieses Muster bringen wir aber auch mit dieser Erinnerung des Baumes in Verbindung. Aber es ist wesentlich schwerer, dieses Muster rechts zu kommunizieren, als das links. Das links ist stark vereinfacht und es ermöglicht uns eben, diese Kategorien auszutauschen miteinander. Und es ist nur möglich, wirklich ein Verständnis von einer Sache zu bekommen, wenn man eben ein Wort dafür hat wie Baum. Wenn man kein Wort für eine Sache hat, dann kann man sie auch nicht verstehen, dann kann man das Konzept nicht erkennen, dann ist es im Grunde unsichtbar für uns. Und dieses Konzept wollte ich auf diese Methoden der Meinungslenkung anwenden und jeder von ihnen mit einem klaren Wort, mit einem klaren Begriff darstellen und ein Konzept darbieten, so dass man sie in der Umgebung wahrnehmen kann. Denn wenn man zum Beispiel das Wort Framing noch nie gehört hat, dann wird man auch nicht sehen, wenn das irgendwo in den Medien auftaucht und wenn es einem begegnet. Und genauso ist es mit den anderen 80 Methoden der Meinungslenkung auch. Wenn man die Begriffe nicht kennt, wenn man das Wort nicht kennt, wenn man das Konzept nicht kennt, dann sieht man es in der Umgebung auch nicht. Deswegen halte ich es für wichtig, diese Konzepte eben den Leuten nahe zu bringen, damit die Theorien und die Hintergründe dann sichtbar werden im täglichen Leben. Und hier sind die anderen Methoden, die sind ja so klein, dass man sie kaum lesen kann, aber sie ordnen sich, wie die Sabine schon gemeint hat, in diese drei Kategorien ein, die einen erzeugen Ideen, erzeugen Meinungen, die zweiten zerstören unerwünschte Meinungen, machen sie unsichtbar und rufen Ablehnung hervor. Und die dritte Kategorie sind die sozialen Rahmenbedingungen, die Manipulation erleichtern. Und ich möchte jetzt zu jedem Punkt hier kurz eingehen, nicht alle 80 vorstellen, aber ein paar, die ich für wichtig halte. Und dann zum Schluss noch etwas über die Möglichkeiten reden, wie man Aufklärung betreiben kann, meiner Ansicht nach. Also zunächst, wie erzeugt man Meinungen? Hier sind zwei wichtige Bereiche. Die eine greift auf tief in uns verwurzelte Instinkte zu und verknüpft diese mit bestimmten Botschaften, um Handlungen zu erzeugen. Ein Instinkt ist ja Glück oder die, in diesem Fall hier soll eine Autowerbung, ein Auto beworben werden. Und hier wird das Produkt, Auto, dann mit dem Sexualinstinkt quasi kombiniert. Und dieses positive Gefühl geht dann auf das Produkt über und ruft dann Zustimmung hervor im Idealfall. Und dieses Konzept, der wurde von Edward Bernays etabliert. Der ist ja auch bekannter, ein Neffe Sigmund Freud. Und der hat eben die Psychoanalyse studiert und gemerkt, wenn man diese tief in uns verwurzelten Instinkte nach Fürsorge, Angst, Gesundheit, Zugehörigkeit, Lust hier mit Dingen, mit Botschaften kombiniert, dann werden sie leichter ins Bewusstsein aufgenommen. Und eine zweite Möglichkeit, wie die Glücksgefühle mit Medien dazu verwendet werden können, um Botschaften zu übermitteln, ist, wenn man Medien verwendet, die an sich der Konsum schon Glücksgefühle hervorruft, zum Beispiel Fernsehserien oder Kinofilme oder Computerspiele, wie hier zum Beispiel, und diese dann ja freiwillig und mit großem Zeitaufwand konsumiert werden von den entsprechenden Menschen und dann in diese Medien aber Botschaften verpackt, zum Beispiel, wenn man dann in einem Computerspiel, das von den USA produziert wurde, gegen die Feinde der USA kämpft. Oder der James-Bond-Film, wo ja auch immer klassisch der Feind immer der Feind Englands oder der USA ist und der so quasi der Unterhaltung mit einer gewissen Botschaft dann kombiniert wird, mit einem Feindbild in diesem Fall. Also das sind diese tiefen Instinkte und da gibt es noch zwei sehr wichtige Instinkte. Der erste ist hier der Gruppenzwang. Da gibt es das bekannte Experiment von Solomon Esch aus dem Jahr 1951 und hier wurde einer Person die Aufgabe gestellt, die Linie links, quasi aus den Linien rechts, die zu finden, welche gleich lang ist wie die Linie links. Und für einen neutralen Betrachter ist das relativ einfach zu lösen. Da gibt es ein wenig Fehler. Die Antwort ist C. Aber das eigentliche Experiment war, die eigentliche Versuchsperson in einen Raum zu setzen mit sieben anderen Personen, die alle Schauspieler waren. Das wusste die Person aber nicht. Und die haben alle einstimmig dann in regelmäßigen Abständen eine falsche Antwort gegeben, zum Beispiel B. Und die Versuchsperson hat es gehört, dass sich im Grunde alle einig sind, B. ist gleich lang und die Versuchsperson hat sich dann oft diesem Gruppenzwang quasi angeschlossen, hat sich nicht getraut, gegen diese Mehrheit zu sprechen und quasi zwei, drei Viertel der Personen haben dann auch Fehler gemacht in diesem Experiment und haben sich diesem Gruppenzwang unterworfen. Und in der heutigen Medienwelt, das ist ja in den seltensten Fällen so, dass man wie hier in einem Raum mit vielen Menschen sitzt, die dann alle irgendwie reden und alle sagen, ja, ich habe die gleiche Meinung, sondern im Grunde ist man sehr wenig in Kontakt mit Menschen, sehr wenig im direkten Austausch. Aber was jeder macht, ist Medienkonsum. Und hier ist es so, dass wenn jetzt ein Ereignis in der Welt passiert, hat im Grunde keiner eine Meinung dazu, weil das ist ja neu. Und das erste Mal, wenn man davon hört, ist in den Massenmedien eine Regel. Und wenn hier dann alle Medien ein ähnliches Narrativ erzählen, dann ist das quasi die erste Anstoß zu einer neuen Meinung, die in den Leuten auftaucht. Und wenn hier die Medien sich alle einig sind, dann ist es quasi so, dann denken viele ja, es muss ja dann die einzig plausible Möglichkeit sein und alle anderen Menschen in meiner Umgebung denken wohl auch so. Also hier kann quasi ein Gruppeneffekt, eine Gruppensynchronisation erzeugt werden, ohne dass die Gruppe tatsächlich im Austausch stehen muss, sondern es ist nur so, dass eine Botschaft durch Massenmedien auf einen einströmt. Hier sind sich alle einig und dadurch wird quasi diese Gruppensynchronisation als selbst erfüllende Prophezeiung dann erzeugt. Genau, und das ruft dann die sogenannte, kann die sogenannte Speigelspirale dann in Gang setzen von Elisabeth Nülle-Neumann definiert, die besagt, dass quasi die Leute, die dann eine abweichende Meinung vertreten, zu dem, wo in alle Medien dann gebracht wird, Angst haben, sich da zu äußern, weil sie dann zum Außenseiter werden könnten, angegriffen werden könnten und dann nicht den Mut aufbringen, wie in diesem Experiment vorher, dann ihre Meinung tatsächlich zu äußern. Genau, und dadurch wird die Einseitigkeit, die öffentlich wahrnehmbar ist, noch verstärkt. Und der zweite wichtige Instinkt ist der der Unterordnung unter einer Autorität. Und wie man hier sehen kann, ist der Mensch eben über 95 Prozent in Jäger- und Sammlerstämmen unterwegs gewesen und wenn da jemand gegen die Autorität aufbegehrte oder gegen die Gruppe, hat er weniger hohe Überlebenschance. Deswegen ist diese Unterordnung unter die Gruppe, aber auch unter die Autoritäten, sehr tief in uns verwurzelt. Und die Evolution beginnt ja nicht erst vor 300.000 Jahren, sondern auch in vielen Tierpopulationen ist es so, diese Hierarchie und diese Autoritäten, die es früher gab, der Häuptling, der religiöse Anführer oder der militärische Anführer, das sind heute eben hier zum Beispiel Wissenschaftler, Politiker, Schauspieler, Musiker, Ärzte und eben besonders auch die Medien. Und die Medien haben hier eine zentrale Rolle, denn eine Person, die in den Medien auftaucht, über die positiv berichtet wird, deren Autorität wird zusätzlich gestärkt. Sie erzeugen quasi die Autorität aller anderen Gruppen. Wenn jetzt jemand, ein Arzt in den Medien positiv dargestellt wird, dann ist er eine Autorität, aber es kann genauso gut auch Autorität durch Diffamierungskampagnen so zerstört werden. Also sie haben die Macht, Autorität zu erzeugen und zu zerstören. Also das sind diese wichtigsten Instinkte und das ist so die Basis vieler der Manipulation, auf die sich viele andere Sachen dann aufbauen. Neben diesen Instinkten gibt es da noch die zweite Kategorie, das ist die Verzerrung von Botschaften. Hier ist ein Punkt, die Pauschalisierung. Dort greift man quasi einen kleinen Teilaspekt einer Sache heraus, der möglichst emotional ist und bläht den dann überproportional aus, zum Beispiel auf einer Demonstration, wenn man ein Interview mit einem möglichst verrückten und weltfremden Menschen führt und es dann als repräsentativ für die Veranstaltung hinstellt, ohne die eigentlichen Fakten und Argumente dahinter überhaupt nur zu besprechen. Pauschalisiert man so die Veranstaltung und erzeugt da ein bestimmtes Bild und verwandt. Mit dem ist auch das bekannte Framing. Dort wird quasi ein Bildausschnitt, ein Ausschnitt einer bestimmten Situation gezeigt und so ein Bild in den Köpfen erzeugt. Hier zum Beispiel der Soldat, der im ganzen Bild sowohl die Waffe im Kopf, als auch die Wasserflasche hat und je nachdem, welchen Teilbereich man ausschneidet, erzeugt das ein anderes Bild. Und hier auch eine Berichterstattung über zwei ähnliche Demonstrationen, beides mal Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen, entweder in China, da zeigt man hier die Polizisten und schreibt die unterdrückte Wut. Oder in Deutschland, da hat man dann Querdenker-Demos, Innenministerkonferenz, waren vor rechtsextremen Teilnehmern, das ist dann quasi Innenministerkonferenz, hat man die Autorität mit drin, die rechtsextreme Teilnehmer, sondern eine Kontaktschuld, also es wird ein Kontakt zu einer anderen stigmatisierten Gruppe hier erzeugt und die dann auf diese Querdenker-Demos übergehen soll. Da wird eher negativ berichtet, obwohl man da auch Bilder von Wasserwerfern hätte zeigen können und von der unterdrückten Wut schreiben hätte können, aber man wählt verschiedene Bildausschnitte und erzeugt so andere Meinungen. Ein weiterer Punkt ist auch Omnipräsenz, also wenn man dafür sorgt, dass eine bestimmte Botschaft nicht nur in Medien vorkommt, sondern sich im gesamten Alltag dann verbreitet, im Beruf, Freizeit, Öffentlichkeit, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass sie dann aufgenommen wird, weil es dann quasi als Normalität gilt. Das ist soviel dann zur Erzeugung von Meinungen. Der nächste Punkt geht über Zerstörung unliebsamer Meinungen und hier gibt es die Mohawk-Valley-Formel, die wurde das erste Mal 1937 angesetzt, um Arbeiterstreiks quasi zu brechen, also Arbeiter, die höhere Löhne wollten, wurden dann durch diese Formel quasi niedergemacht und diese Streiks dann gebrochen. Und sie besteht aus einer Reihe von Punkten, die miteinander kombiniert sind. Die erste ist die Dämonisierung und Marginalisierung der Gruppe. Also Dämonisierung, man stellt da, dass die Gruppe quasi ein Feind der Ordnung ist und Unruhe stiftet und man stellt sie quasi als dämonisch Böse dar. Marginalisierung heißt, man stellt sie als eine kleine Minderheit dar, die im Grunde nur extreme Forderungen erhebt und für überhaupt nicht repräsentativ ist. Genau. Der zweite Punkt ist, man verurteilt sie durch Autoritäten. Also man sammelt viele Leute, die Autorität vermitteln, die gewichtige Stimmen haben, den Bürgermeister, Schauspieler, Juristen. Und die lässt man dann zusammen auftreten und diese Gruppe verurteilen. Dann der dritte Punkt ist eine Einschüchterung durch massive Polizeipräsenz. Dadurch kapselt man die Gruppe auch ab, isoliert sie und die Polizei, wenn die auftreten muss, dann wird quasi auch damit suggeriert, die Gruppe sei eigentlich gefährlich, sei irgendwie schon fast kriminell. Der vierte Punkt ist die Installation einer künstlichen Graswurzelbewegung, die sich dann gegen die Gruppe wendet. Also man gründet quasi eine Gegenbewegung, die sich gegen diese streikenden oder auch politische Demonstranten dann ausspricht. Und die wird dann quasi massiv beworben, sodass die dann größer wird wie die eigentlichen Demonstranten. Und der fünfte Punkt ist dann der theatralische Rückkehr zur Normalität. Und dann könnte man auch anfügen, das möglichst baldige Vergessen und einen tabuisieren, sodass so eine Protest nie wieder aufkommt. dieses Schema, das kann man jetzt auf mehrere Demonstrationen sich was denken. Und da möchte ich jetzt vielleicht ein Beispiel. Ja, aber ich möchte jetzt erstmal fragen, wer kennt diese Person oder wie kommt die bekannt vor? Genau, das ist jetzt wahrscheinlich weniger bekannt. Das ist Daniel H. Der wurde in 2018 in Chemnitz getötet und sein Foto wurde meistens quasi geschwärzt in den Medien erschienen. Den Nachnamen findet man nicht mal richtig im Internet. Und hier könnte man quasi noch einen Punkt Null anfügen. Emotionale Bilder unterdrücken, wenn man eine Idee unterdrücken will. Also wenn man eine bestimmte Situation, eine Idee nicht will, dass die groß wird, dann muss man Bilder, Gesichter, emotionale Videos muss man unterdrücken, weil das quasi sehr tief in die menschliche Psyche eben eindringt und Emotionen hervorruft. Viel stärker als irgendwelche Fakten und Zahlen. Und jetzt möchte ich nochmal fragen, wer kennt diese Person? Ja, das ist bekannter, genau da ist das Gesicht sehr oft zu sehen und auch der ganze Name ist bekannt. Je nachdem, ob man eben ein Gesicht, eine Person, emotionale Bilder weit verbreitet oder eben nicht oder versucht sie möglichst klein zu halten, kann man versuchen, bestimmte Emotionen dann hervorzurufen. Und in Chemnitz war es eben auch so, dass sich die ganze Geschichte sehr schnell wegentwickelt hat von diesem eigentlichen Mord, sondern was dann sehr stark in den Medien war, war diese Hetzjagd, wo der Hauptbeleg quasi ein 20-sekündiges Video war. Und damit fängt dann die erste Stufe an, die Dämonisierung und Marginalisierung der Gruppe. Dann wird nur noch darum geredet, dass es ja Extremisten sind, gewalttätig. Wenn jemand gewalttätig ist, dann ist es am leichtesten, ihn quasi klein zu halten. Genau, Daniel H. wurde von Migranten getötet und deswegen war diese Demonstration eben gegen die Migrationspolitik im Allgemeinen gerichtet. und hat aufgrund dieses emotionalen Ereignisses dann an Größe gewonnen. Und hier kann man sehen, wie man dann von diesem eigentlichen Ereignis dann wegkommt und hin zur Marginalisierung der Demonstranten. Der Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, hat ja im Zuge dessen dann auch seinen Posten verloren, weil er diese Hetzjagd-Geschichte eben angezweifelt hat. Und hier sieht man auch quasi die, es ist sehr wichtig, dass sich die alle Autoritäten einig sind bei einer bestimmten Geschichte und wenn hier Uneinigkeit hervorruft, dann könnte das auch Uneinigkeit oder ein Zweifel im Publikum auslösen, deswegen muss diese Uneinigkeit hier verhindert werden. Und hier in dieser Schlagzeile sieht man quasi die ersten drei Punkte der Mohawk-Walley-Formel in einem Abschnitt, in einem Bild. Kretschmer nennt rechte Hetzjagd in Chemnitz widerlich, also wir haben die Autorität, Kretschmer, den Ministerpräsident, wohl eine der höchsten, dann die rechte Hetzjagd widerlich, das ist dann die Dämonisierung und unten dann die Polizei, die dann auch massiv aufgetreten ist. Und wenn man das jetzt auch wieder vergleicht mit den Geschehnissen um George Floyd, hätte man hier genauso gut auch die Proteste als gewalttätige Ausschreitungen darstellen können, aber das wurde hier als weitgehend friedliche Proteste betitelt und der Fokus war sehr stark auf dem ursprünglichen Mord an George Floyd und eben nicht auf die Proteste und die haben sich dann auch über den Globus verbreitet. Also hier sieht man auch wieder für unterschiedliche Darstellungen verursacht unterschiedliche Emotionen. Dann haben wir die Künstler gegründet worden, wo sich dann etliche Schauspieler oder Musiker hauptsächlich da mit beteiligt haben und in dem Titel, in dem Slogan selbst wir sind mehr ist ja auch schon eine Marginalisierung der Gegenseite im Grunde mit inbegriffen. Also sehr, sehr klug hier. Und dann die theatralische Rückkehr zur Normalität. Also man feiert groß, dass man jetzt gewonnen hat und dass man der Stärkere ist. Das war hier quasi ein großes Konzert, das dann gegeben wurde und danach wurde die Geschichte möglichst schnell vergessen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier irgendwie so abgeplant war. Da habe ich jetzt keine Informationen darüber, aber ich denke, man sollte immer diese Parallelen ziehen und das ist, denke ich, schon sehr hilfreich. Und wenn man jetzt von der Mohawk Valley-Formel und von diesem Konzept noch nie was gehört hat, dann kann man auch keine Parallelen ziehen, dann kann man nicht wissen, wie sowas eigentlich funktioniert. Genau. Dann sind zwei andere Methoden, Kanalisierung und die Wolfsrudel-Taktik. Kanalisierung ist, wie schon gesagt wurde, einen Gegner in eine Richtung zu lenken, in der keine politische Gefahr mehr darstellt. Das kann man entweder machen, indem man ihn als zu möglichst aggressiven, exzessiven Handlungen treibt oder Provokateure einschleust, die diese Handlungen dann begehen und die dann möglichst in den Fokus lenkt oder indem man ihn in eine Richtung bringt, in der dieser Gegner eben von seinen Kernforderungen, die eigentlich gefährlich wären, dass er von denen abkommt und dann nur noch so ein weichgespültes Programm hat, dass dieses keine Gefahr mehr darstellt und dass er dann quasi eingehegt wird. Und wenn man das zum Beispiel mit der Partei Die Linke machen wollte, die ja im Grunde die einzige so kapitalismuskritische wirklich Partei im Bundestag ist, dann, man will die jetzt von der Kapitalismuskritik, von der Globalisierungskritik oder von der Imperialismuskritik wegbringen, dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn man sie dazu bringt, dann mehr um irgendwelche Geschlechterfragen oder Umweltaktivismus oder so Identitätspolitik dann sich zu drehen und die Leute, die das dann eben machen, zu bestärken, medial, politisch und die Leute, die sich dann trotzdem noch am Globalisierungskritik kümmern, die dann eben anzugreifen und hier ist die Wolfsrudel-Taktik nützlich, also ein Wolfsrudel sucht sich ein Tier aus der Herde aus, isoliert es und greift es an und tötet es dann und so kann man quasi Stück für Stück eine Bewegung auflösen, indem man immer einen Teil herauspickt, einen Fokus darauf lenkt, den isoliert, mit Kontaktschuldkampf begriffen, dann quasi zum nächsten fortfährt. Ja. Ich muss gerade sagen, wenn Thema Wolfsrudel-Taktik der Fettner in der Team-Balanz angeht, wie Frau Ruderow ich glaube mit zwei, drei anderen da gesessen hat, ich meine, die Frau ist sich im Mund gefallen, die kann sich schon wehren, aber es wurde ja sehr, sehr enger Rahmen vorgeben und die wurde ja richtig ins Hangel genommen und man kann ja kaum aussprechen, dann bekommt man schon von rechts, links eine Breitseite ab und man ist, sich mit diesen Argumenten beschäftigen, dann kommt das nächste drauf, also welcher Mensch kann das, also ich könnte auf ein Argument eingehen, auf ein zweites vielleicht, aber das passiert ja ständig, nee, also so wird ja im Prinzip bei Lanz und Co Leute, die eine gewisse Meinung haben, vorgeführt, fertig gemacht und eine gewisse Richtung getränkt und manchmal frage ich mich, es fehlen auch die richtigen Gegner, also die, die das Wissen halten. Und ergänzen dazu ist ja auch noch so, dass die Frau Büro das selber auch so, wie Sie es gerade geschildert haben, so selbst empfunden. Das ist ja eine schöne Beobachtung von außen, sondern sie selber sagt es ja auch und da gibt es ja genauso viele. Aber das hier trifft glaube ich eher auf die Situation um die Saga Warnknecht zu wie die aus der DIN ausgeteilt worden ist. Das war die meine Genau. Ja, klar. Das passt ja wunderbar und ich habe ein kleines Rudel vorgestellt. Hab drei Personen und hab einen Moderator, der Lanz ist ja sehr clever, der weiß ja, wo er hin will, was er machen will, welche Bilder er erzeugen will und so kann man jede Person, also wenn ich da nur jemand habe, der eine Meinung hat und pack drei Kompetente oder clevere Menschen dazu, die nicht auf den Mond gefallen sind. Ich habe da keine Chance. Ich werde mir die Art nie gerichtet. Das ist dann Kretschmer auch passiert und Wir können dann im Anschluss denke ich noch viel diskutieren. Bei der Kanalisierung ist es dann wichtig, die Leute, die sich eben nicht mit dieser Meinung, mit dieser kanalisierten Meinung übereinstimmend zeigen, anzugreifen und das ist dann die Wolfsrudel-Taktik, die man hier verwenden kann, diese Personen dann zu isolieren und anzugreifen und hierbei ist es eben auch wichtig, diesen Teil der Partei in dem Fall ein klares Gesicht zu geben. Wieder hier Gesichter, Namen, das ist immer wichtig und das ist eben hier die Sarah Wagenknecht, die quasi symbolhaft für diese ganze Kapitalismus- globalisierungskritische Linke steht und dann eben in dem Fall isoliert und angegriffen werden müsste, genau. Das ist also die Zerstörung von Ideen hier und dann der letzte Punkt, wie macht man eine Gesellschaft manipulierbar und hier gibt es einige Toten, die quasi schon im alten Rom bekannt waren, eine davon ist Brot und Spiele, Panicke Kenses, wenn man eine Bevölkerung quasi dazu bringt, dass sie hauptsächlich damit beschäftigt ist, ihrem eigenen Vergnügen nachzugehen, Fußballspiele, Alkohol, Malle, irgendwelche Partys und dann ist sie so mit diesem Dopaminausschüttung im Grunde beschäftigt, dass wenn man sie dann auf ernste politische Themen anspricht, das nur noch als langweiliger Trott oder langweilige Dinge gesehen wird, die im Grunde den allgemeinen Spaß dann stören und so ist im Grunde überhaupt keine souveräne Entscheidungsfindung mehr möglich, weil überhaupt keine Zeit mehr da ist und auch kein Wille da ist, sich mit ernsten Sachen überhaupt auseinanderzusetzen und sich da eine differenzierte Meinung bilden, sich dann durch ein Buch durchzuquälen, um da tatsächliche Hintergrundinformationen rauszufinden und heute gibt es noch ja hier wesentlich mehr Möglichkeiten sich eben abzulenken und genau und dann nur noch mit diesen Dingen dann beschäftigt zu sein und neben der Ablenkung ist ein zweites Prinzip aus dem alten Rom die Spaltung Teile und Herrsche die Vede Impera da hat das römische Imperium auch immer dafür gesorgt dass sich die Feinde und auch die Untertanen möglichst untereinander dann streiten die Provinzen hier ist ein bekanntes Beispiel die Gallier die konnten sich nie auf irgendeinen König oder Anführer einigen und der Cäsar hatte dann ein leichtes Spiel quasi jeden Stamm einzeln rauszupicken ihn zu zerstören und die waren unter sich zu zerstritten um sich gegen ihn zu vereinigen nur ganz zum Schluss haben sie es dann doch in Indien und die Muslime und die Hinduisten gegeneinander aufgehetzt und solange sich dann die untereinander streiten kann das Imperium dann leichter herrschen ein nächster Punkt ist die Atomisierung das ist quasi die Aufspaltung einer Bevölkerung in so kleine Atomeinheiten dass überhaupt kein Gemeinwesen im Grunde mehr da vorhanden ist und hier gibt es dann quasi überhaupt keine organisierten Gruppen mehr die sich irgendwie politisch äußern könnten und als Einzelner ist es auch quasi unmöglich an großen Staatsdingen etwas zu ändern und das erleichtert eben auch die Herrschaft und hier hat der Alexi de Tocqueville das war ein französischer Diplomat sehr weise Einsichten gewonnen der war in den 1830er Jahren in Amerika und hat für die französische Regierung da Studien angestellt über die deutliche Demokratie und er hat auch darüber nachgedacht wie sich so eine Demokratie dann entwickeln kann und da möchte ich ihn einfach dann sprechen lassen mit einem Zitat dieses Zitat stammt vom Jahr 1840 ich glaube also dass die Art der Unterdrückung die in den demokratischen Völkern droht nichts der Unterdrückung gleichen wird die es früher in der Welt gegeben hat nur nicht einmal die Vorstellung davon können unsere Zeitgenossen in ihrer Erinnerung finden ich suche vergeblich nach einem Ausdruck der die Vorstellung die ich mir davon bilde genau wieder gibt und sehe davon ab die alten Begriffe Despotismus Tyrannei passen nicht die Sache ist neu ich muss also versuchen sie zu umschreiben da ich sie nicht benennen kann ich will mir also vorstellen mit welchen neuen Merkmalen der Despotismus in der Welt auftreten könnte ich sehe ich sehe ich sehe zahllose Menge einander ähnlicher und gleicher Menschen die sich ohne Unterlass um sich selbst bewegen um sich kleine und vulgäre Freuden zu verschaffen die ihre Seele ausfüllen jeder von ihnen sondert sich ab und verhält sich dem Schicksal aller anderen gegenüber wie ein Fremder seine Kinder und seine persönlichen Freunde sind für ihn die ganze Menschheit was seine übrigen Mitbürger anbetrifft so befindet er sich zwar neben ihnen aber er sieht sie nicht er berührt sie aber er empfindet sie nicht er existiert nur in sich und für sich allein und wenn ihm auch noch eine Familie geblieben ist so kann man sagen dass er kein Vaterland mehr hat über ihn allen aber erhebt sich eine ungeheure Vormundschaftsgewalt die allein sich damit befasst ihre Annehmlichkeiten zu sichern und über ihr Gehen zu wachen sie ist absolut ins einzelne gehend regelmäßig vorausschauend und mülde sie wäre der väterlichen Gewalt zu vergleichen wenn wie bei dieser das Ziel der Erziehung zum erwachsenen Menschen wäre aber sie sucht im Gegenteil den Menschen unabänderlich im Zustand der Kindheit zu halten sie sieht es gern wenn die Bürger es gut gehen lassen vorausgesetzt dass sie an nichts anderes denken sie arbeitet gern für ihr Wohlergehen aber sie will allein dafür tätig sein und allein darüber bestimmen sie sorgt für ihre Sicherheit sieht ihre Bedürfnisse voraus und sichert sie fördert ihre Vergnügungen führt ihre wichtigsten Angelegenheiten leidet ihre Arbeit regelt ihre Nachfolge verteilt ihre Erbschaften könnte sie nicht völlig die Last zu denken und die Mühe zu leben abnehmen auf diese Weise macht sie mit jeden Tag den Gebrauch des freien Willens sinnloser und seltener fängt sie den Spielraum der eigenen Betätigung des Willens entzieht sie jeden Bürger Stück auf Stück und schließlich die Verfügung über sich selbst auf all dies hat breitet sie ihre Arme über die ganze Gesellschaft aus sie bedeckt sie in ihrer ganzen Ausdehnung mit einem Netz kleiner und verwickelter Regeln von peinlicher Genauigkeit und Einförmigkeit durch das hindurch die originellsten und kräftigsten Geister sich nicht mehr Luft verschaffen können um aus der Menge herauszutreten sie bricht den Willen nicht mit Gewalt sondern weicht ihn auf macht ihn biegsam und lenkt ihn selten zwingt sie zu einer Handlung aber sie steht ständig dem Handelnden Wege sie stört nicht aber sie hindert dass etwas entsteht sie terrorisiert nicht aber sie stört sie hängt ein sie hüllt aus sie erstickt sie stumpft ab und bringt schließlich jede Nation dazu nur noch eine Herde furchtsamer und fleißiger Tiere zu sein deren Regierung ist ich war immer davon überzeugt dass diese Art der geregelten milden und friedlichen Knechtschaft die ich so beschrieben habe sich besser als man glaubt in einigen äußeren Formen der Freiheit vertragen könnte und dass es nicht unmöglich sein sollte diese Freiheit selbst im Schatten der Volkssouveränität herzustellen hier spricht der Tocque einige wichtige Punkte an zum einen diese absolute Ausspaltung der Menschen die sich nur noch um ihr Privatleben kümmern und auch die Vergnügungen die quasi das ganze Denken ausfüllen das was wir am Anfang gesehen haben der letzte Punkt hier ist die Entwurzelung und während die Atomisierung quasi das Lostrennen der Menschen von ihren Mitmenschen um sie herum ist die Entwurzelung des Lostrennen von allen größeren Ideen von der Vergangenheit von der Kultur von der Bildung von allen großen Konzepten und man sieht wenn man sich die Dystopien des 20. Jahrhunderts anschaut ob es 1984 Samyate in Zwier Bradbury Svanheit 451 und älter Sachs Lischö Neue Welt ist überall eine extrem entwurzelte Bevölkerung hier zu sehen in George Orwell ist quasi die komplette Geschichte ausgetilgt und auch der natürliche Verkehr unter den Personen untereinander die Familie und das Sexualleben ist komplett bestimmt und sogar das was wir als eigentlich Festestes meinen unser eigener Verstand die Wahrheit wird auch pervertiert 2 plus 2 ist 5 und auch jede Wahrheit wird quasi von diesem Machtapparat vorgegeben und es gibt nichts mehr das alles aller Fokus geht auf dieses Zentrum des Machtapparats in Samyatin Svir lebt die Bevölkerung quasi unter einer riesigen Glaskuppel und hat überhaupt keinen Bezug mehr zur Außenwelt und auch keinen natürlichen Bezug mehr zur Vergangenheit und in Fahrenheit 451 wird das so dargestellt dass quasi das ganze Wissen der Vergangenheit vernichtet wird die Bücher verbrannt werden und so auch alle großen Ideen der Philosophen ausgelöscht werden und in schöne neue Welt ist es dann so im Grunde nur noch eine künstliche Reproduktion stattfindet und die Menschen sich mit Drogen dann künstlich zufrieden halten also da sieht man dieses Konzept und nach all dem ist dann eine Frage was kann man tun um über diese Gefahren und über diese Probleme aufzuklären und wenn man sich diese Frage stellt dann hat man denke ich ein Kommunikationsproblem denn das bedeutet dass es Leute gibt die eben noch nicht das wissen und denen man muss die Information also von A nach B bringen und das ist glaube ich für die komplette Aufklärungsbewegung von Bedeutung wie vermittelt man Information und hier glaube ich dass der wichtiger Punkt ist das nicht nur auf Sachebene zu betrachten nicht nur zu sagen ja ich habe sachlich recht denn oft kann es sein dass man auf der Sachebene sehr wohl recht hat aber sich trotzdem die eigene Meinung überhaupt nicht durchsetzt und diese dann einfach wirkungslos verharrt denn ich denke man muss das Ganze auf Wirkungsebene betrachten die Kommunikation die aus verschiedenen Punkten besteht aus denen die Sache im Grunde nur ein Punkt ist neben der Sache hat man noch die Emotion also welche Gefühle ruft die Botschaft in mir hervor wenn ich kommuniziere und überhaupt die wichtigen Personengruppen überhaupt nicht rankommen überhaupt nicht zu Ohren kommt die Kommunikation dann ist das auch wirkungslos dann das Thema welches Thema spreche ich an mit der Kommunikation die Autorität wen stelle ich dar welche Autorität habe ich wie wird mir geglaubt dann der Zeitpunkt wann kommuniziere ich das ist zum Beispiel wenn ich heute versuche den Vietnamkrieg oder auch Irak Krieg aufzuklären dann ist das alles schon lang her und man hat da eine andere Wirkung wenn man zeitlich näher an dem Geschehen ist dann der Ort wo versuche ich aufzuklären wenn ich jetzt hier in Deutschland über die Propaganda in China aufkläre dann hat das auf die Situation in China wenig Auswirkung weil ich einfach am falschen Ort bin dann das Medium mit welchem Medium kommuniziere ich Sachen behaupten das muss man auch mit allen beziehen die psychologischen Grundeinstellungen also wie ist der Mensch zu dem ich kommuniziere psychologisch quasi verdrahtet was sind seine vorherigen Einstellungen und die sozialen Rahmenbedingungen das ist dieser Gruppeneffekt genau und ich möchte mich auf einen Punkt fokussieren den ich für ganz besonders wichtig halte und das ist die Reichweite also überhaupt das schaffen an die Leute heranzukammen wie kann man eine Reichweite erreichen die große Teile der Bevölkerung erreicht und das ist glaube ich notwendig um das zu zeigen ist hier ein Schema der Bevölkerung des deutschsprachigen und je nachdem auf welcher Ebene man kommuniziert erreicht man andere Wirkungen also ganz unten ist eins das ist quasi ein Zwiegespräch mit jemandem zehn ist dann der Stammtisch 100 ist dann Vortrag 1000 ist dann so ein kleiner oder mittleres Internet Video 10.000 ist dieses normale Grundrauschen der Aufklärungsbewegung würde ich sagen und bei 100.000 wenn man so viel erreicht dann stößt man schon so einen Diskurs in der Blase an man setzt irgendwie Themen in eine Blase hinein das ist immer noch ein Promille der Gesamtbevölkerung nur mit einer Million hat man dann schon gewisses Grundwissen in einer Blase zum Beispiel wenn ich den Namen Rainer Mausfeld erwähne dann kann ich davon ausgehen dass den hier viele kennen weil er eben schon so viele Leute erreicht hat weil er so bekannt ist dass er im Grunde schon zum Grundwissen aber eben auch nur in der Blase ist weil man hier diese 1% ist immer noch ein Hundertstel der Gesamtbevölkerung bei 10 Millionen hat man dann einen gesellschaftlichen Diskurs wenn man so viel erreicht fängt dann quasi auch langsam an der Mainstream mit zu spielen die Tagesschau erreicht quasi 10 Millionen Menschen jeden Tag und bei 100 Millionen ist man beim gesellschaftlichen Grundwissen und das ist dieser Punkt wo die Masseneffekte wirklich greifen vorher hat man die eigentlich wenig bis kaum und bei diesen großen reichweiten zig Millionen Menschen eben erreicht wenn eine Botschaft so viele Leute erreicht dann bekommt man die Vorstellung dass wenn ich einen Wildfremden auf der Straße treffe dass der auch schon von diesem Thema gehört haben muss dass ich bestimmte Wörter bestimmte Konzepte bekannt voraussetzen kann und dass ich an bestimmte Gesprächsthemen anknüpfen kann dass ich eine Diskussion eröffnen kann weil diese Person ja auch schon im selben quasi kommunikativen Raum und deswegen werden hier die Diskussionen eben stark abgewirkt weil der andere die Konzepte ja überhaupt noch nicht kennt wenn die für ihn komplett neu sind das heißt ich muss meiner Ansicht nach muss man mit der Aufklärungsbewegung wie die Tagesschau 10 Millionen Menschen jeden Tag erreicht versuchen wenigstens in dieser Größenordnung Menschen ein zweimal im Jahr zu erreichen und anzusprechen und versuchen auch in die Masse zu gehen Massenkommunikation die dann auch in den Leitmedien nicht mehr ignoriert werden kann und meiner Ansicht nach geht es nur durch eine Form der Kommunikation das ist die Kampagne also eine Kommunikation bei der nicht nur einzelne kleine Medien ihr eigenes Ding machen ihr eigene Botschaften senden denn oft ist es so dass quasi die alternativen Medien nur die Themen die im Mainstream ohnehin kursieren nur wieder koilen das eigene Framing dann überstülpen oder die eigenen Meinungen und dann wieder an die Zuschauer die Blase zurückgeben und nicht proaktiv wirklich Themen setzen die dann in die Masse durchdringen und dann zum gesamtgesellschaftlichen Diskurs werden wie es der Mainstream tagtäglich machen kann und das heißt man ist in einer sehr passiven Situation und kommt nicht wirklich dazu proaktiv dann selbst Themen zu setzen und durch so eine Kampagne wo nicht nur eine Gruppe dann etwas sendet sondern aus verschiedenen Gruppen von einer ganzen Reihe von Richtungen dann gemeinsam koordiniert eine Botschaft gesendet wird könnte man denke ich wesentlich weiter dann vordringen und wesentlich mehr Leute ansprechen so eine Kampagne muss denke ich auf einigen Prinzipien auf fußen das ist der Fokus muss sich auf ein einzelnes Thema fokussieren nicht lauter verschiedene Sachen gleichzeitig ansprechen sondern genau abgestimmte Botschaften senden dann die Masse man muss natürlich viele Leute erreichen damit die Wiederholung man muss sagen ja dieses Thema ist jetzt wichtig konzentriert euch darauf oft wiederholen wenn eine Sache oft wiederholt wird dann halten es die Leute die das trifft für wichtiger man muss quasi sagen diese Wichtigkeit wirklich kommunizieren dann die Autorität man braucht viele Leute die quasi etwas gelten die was darstellen sich dann hinter so eine Kampagne stellen und dann die Diversität also die Botschaft muss aus verschiedenen Richtungen an den einzelnen herangetragen werden und ich denke aber es ist im Moment so dass selbst wenn die komplette Aufklärungsbewegung zu einer Kampagne zu einem bestimmten Thema starten würde hätte sie noch nicht die Kraft 10 oder 100 Millionen Leute damit zu erreichen weil die Kommunikationswege im Internet einfach nicht ausreichen und hier so leicht Riegel vorgeschoben werden können genau das halte ich eben auch für wichtig aber ich glaube am besten oder die Möglichkeit ohne diese Filterblasen die im Internet eben immer auftauchen Leute zu erreichen das ist eben Print Flugblätter weil man damit undiskriminiert in jeden Briefkasten reinkommt jede Familie quasi erreicht die im Internet niemals drauf stoßen würde und um dieses Medium halt wirksam einzusetzen ist es zum einen wichtig halt wirklich viel Arbeitskraft zur Verfügung zu haben das heißt diese Kampagne innerhalb der Aufklärungsbewegung sollte sich nicht auf irgendein Teilthema fokussieren sondern es sollte wachrufen zur Aktion quasi die Konsumenten die in vielerlei Hinsicht ja zu Hunderttausenden vorhanden sind dazu bringen nicht nur alternative Medien zu konsumieren sondern tatsächlich aktiv zu werden und selbst etwas Nützliches zu tun Printmedien auszuteilen um so koordiniert dann wirklich Massen anzusprechen und ich denke auch dass Flugblätter auch wirklich nur effektiv sein können wenn sie nicht zig verschiedene Themen ansprechen von zig verschiedenen Gruppen weil man 100 verschiedene kleine Flugblätter hat und man wirft es einfach weg aber wenn man eins hat das wirklich zig millionenfach verbreitet wird dann richtet sich so stark der Fokus drauf dass es dann auch nicht nicht mehr so leicht zu ignorieren ist und diesen Masseneffekt dann tatsächlich wachruft aber das geht wirklich nur durch eine koordinierte Aktivierung der Konsumenten und jetzt stellt sich noch die Frage die Kampagne und die Wiederholung das sind jetzt eigentlich auch so Methoden der Meinungslenkung die hier in diesem Buch aufgeführt werden jetzt will ich über Propaganda aufklären aber sagt dann ja man muss trotzdem diese Mittel dann irgendwo anwenden und hier ist es halt so dass diese Meinungslenkung diese Techniken ist halt Musketen ankämpft und damit wird man nicht erreichen dass die Musketen aus der Welt verschwinden sondern nur dass die Samurai dann aus der Welt verschwinden denn ich denke man muss effektiv kommunizieren man kann nicht sagen ich wende jetzt einfach keine Wiederholung an versuche möglichst unautorid also unglaubwürdig zu wirken nur um quasi das nicht anzuwenden sondern teilweise sind das auch einfach Bestandteil jeder Kommunikation zu sagen ich stelle halt irgendwas dar das kann ich jetzt auch nicht ändern und dann versuche ich halt möglichst so zu wirken dass ich meine Botschaft gut rüberbringe und das Gegenmittel Gegenpropaganda ist meiner Ansicht nicht dem sich halt komplett zu verweigern sondern das Gegenmittel ist Aufklärung man muss die Leute dazu bringen dass sie über diese Mittel Bescheid wissen dass sie die Konzepte dahinter kennen und sich dann in eine kritische Haltung bringen können wenn sie mit dem konfrontiert sind damit auch dann schon zum zum letzten Punkt was ist dann das Thema einer solchen Kampagne warum stehe ich hier ich denke das Thema sollte eben die Medienkritik sein und diese Aufklärung über die Funktionsweise der Manipulation da man dadurch die Menschen wirklich in diese kritische Haltung bringt und ich denke dieses Thema einer solchen Kampagne muss zwei Kriterien erfüllen es muss zum einen konsensfähig sein innerhalb eines breiten Spektrums der Aufklärungsbewegung und zum zweiten eine moralische Hoheit übermitteln und das trifft auf diese Medienkritik treffen diese beiden Themen denke ich zu diese beiden Kriterien und gleichzeitig ist es so der Konfuzius sagt gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag lerne ihn zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben und immer wieder über die einzelnen Sachthemen über die einzelnen Lügen und so weiter aufzuklären ist wie den Menschen ständig Fische hinzuwerfen aber dieses Thema über die Medien die Aufklärung ist das kritische Denken selber nahe zu bringen sodass der Mensch dann selber entscheiden kann und sich selber zurechtfinden kann in dieser medialen Welt genau also und wir wollten diese Kampagne quasi seit 2018 in Gang bringen und da ist uns dann aufgefallen dass es eine weitere große Hürde gibt das ist eben die Stufen hier die Organisation der Köpfe der Aufklärungsbewegung dass die ganzen wichtigen Personen sich mal verstehen wir sitzen im Grunde im selben Boot wir haben gemeinsame Probleme es ist jetzt so dass wir uns strukturell vereinigen sollen und irgendeine Parteigründen aber es ist viel effektiver wenn wir koordiniert gemeinsam Botschaften zu senden um dann wirklich mal Leute außerhalb der Blasen zu erreichen um diese Blasen zu durchbrechen ich denke dieses Bewusstsein das ist als allererstes nötig ohne das sind die anderen Stufen quasi wirkungslos und dann hat man die zweite Stufe die Aktivierung der Medien Konsumenten die dritte dann das Flugblatt als Brücke zur Masse und die vierte dann weiterführendes Material und da haben wir uns eben auch gedacht ja ein Flugblatt allein kann wenig kann nur sehr kurze Botschaften dann senden man muss damit weiterführendes Material dann verknüpfen wo dann tiefgreifender nachgeforscht werden kann und tiefgreifende Informationen dann zu finden sind und das hat dann quasi zu diesem Buch hier geführt das ich als Vorbild dann für so eine seine Schrift verfasst habe dass man jedem quasi in die Hand drücken kann und er diese 80 Methoden dann schön bündig nachlesen kann das kann dann vielleicht als Inspiration dienen und solange diese Kampagne dann noch nicht existiert kann man das dann auch schon jedem geben und ihnen dann aufklären ja und damit bedanke ich mich und können gerne dann diskutieren und dann dann und dann dann und dann